Was ist Performance? Zeichnet sich unsere tägliche Performance durch das Abrufen einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt aus? Oder kommt es auf die Dauer an, über die wir mit konstantem Niveau performen? Mit unserer Intuition, Kreativität und Reflexion kontrollieren wir Tag für Tag, was wir tun. Bei Scheuch Components nutzen wir das Potenzial vieler Hände. Für maximale Performance bei der Herstellung von Komponenten für den industriellen Anlagenbau. Ein Team Spirit, ein gemeinsames Ziel. Fokus auf Optimierung. Wir stehen für permanente Weiterentwicklung, unter anderem durch unsere Innovationen und Digitalisierung. Unser Team hört nie auf, Prozesse von der Konfiguration über die Konstruktion bis hin zur Fertigung zu verbessern. Dabei bündeln wir unsere Qualifikationen und Kräfte in jedem einzelnen Arbeitsschritt. Erfolgsfaktor – High-End-Produktion. Unsere Motivation ist das dynamische Zusammenspiel von Automatisierung und menschlicher Handarbeit. Dadurch garantieren wir Wirtschaftlichkeit und den neuesten Stand der Technik. Klares Ziel. Präzision in den Abläufen. Unsere neuartigen Laserschneidmaschinen und CNC-Maschinen liefern höchste Performance in der gesamten Blech- und Teilefertigung. Vorausschauende Taktik. Analytisch und effizient bereiten wir schon in frühen Produktionsphasen hochqualitative Baugruppen für die weiteren Fertigungsschritte vor. Präzision und Flexibilität sind unsere Stärken im Einsatz zertifizierter Schweißtechniken. Ob per Hand, mit dem Schweißroboter oder mit einem Manipulator. Wir hören nie auf, besser zu werden. Wir bearbeiten hochvergütete Stähle und unsere Produkte bewältigen Temperaturen von 1.000 Grad. Unser Ansporn ist die maximale Leistungsfähigkeit und höchste Automatisierung unserer Präzisionsdrehmaschinen. Herausforderungen meistern. Individuell und vielseitig erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden. Dabei verarbeiten wir ausschließlich zertifizierte Beschichtungen. Immer in Bewegung. Unser Leistungsanspruch sind High-Performance-Laufräder. Neueste Softwarelösungen im Zusammenspiel mit mechanischer Genauigkeit garantieren höchste Verfügbarkeit unserer Maschinen. Ein Team. Immer das Ziel vor Augen. Ob modernste Laser- oder Reinraumfertigung. Bis zum fertigen Produkt setzen wir neben dem Einsatz von High-End-Technologie auf die Passion unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Know-How dafür entwickeln wir stetig weiter. Mit einem Trainingsplan, der nachhaltig in die Zukunft unserer jungen Führungskräfte und Facharbeiterinnen und Facharbeiter investiert. Innovationen vorantreiben. Wir setzen auf permanente Optimierung unserer Leistung, um die Technologien der Zukunft entwickeln zu können. Hier werden die Grenzen des Möglichen verschoben. Umfassende Leistungskontrolle. Fortschrittlichste Prüfstände garantieren die höchste Qualität, für die Scheuch-Komponents steht. Beste Performance durch das perfekte Zusammenspiel aus Know-How und Technologie. Ob manuell oder hochautomatisiert. Alles aus einer Hand, für optimale Prozessabläufe. Vom Start bis zum sportlichen Endspurt. Wir achten bereits bei der Konstruktion unserer Produkte auf die Verpackung und damit auf einen wirtschaftlichen Transport. Das ist Effizienz weitergedacht. Perfektes Teamplay für unsere Kunden. Die Ziellinie maximale Performance führt uns und unsere Kunden zum Erfolg. Scheuch-Komponents. Perform better. ós Giant. Eine Sted